Hallo liebe Leute, mit mir Bilderstelle.lp Wir spielen mit Reb... äh... Reb... TV, Let's Play und Daniel Super McHalf Ich mach mal 10 Eisen in unsere... Wie nennt man das? Ofen rein Kann sein Man kann nie zu weit unten sein Das ist auch nicht zu weit Habe ich auch Im... Seit... Ähm... Was? Weiß ich nicht Habe ich noch nicht geguckt Da steht aber HG über... bei der Überschrift Aber das kann ja nicht 100% HG sein Ich glaub's ja nur Dann geh mal raus und töten Schafe Ähm... Du musst Head Home drücken Ja, du musst Wohin krabbst du? Oh... Das ist unsere Geheimkiste Nein Lass das Ah ja, ich muss was einschalten Ich hab... Ich vergiss es immer Oh mein Gott Ja, ich weiß aber wie... Was machst du hier im Gang? In dein Zimmer Ja, dann guck mal die Kiste Das ist der Heim Ja, nein Ich mach mir einen anderen Weg rein Mach die Die sind ganz gut Du solltest woanders Dein Zimmer machen, lieber Ah Lass mich raus Nein, ich mach hier die Züge Dann mach ich mir einen ganz zu dir Ja Okay Mach dein Zimmer 3 dran auf Ähm... Dann ich mach mal kurz einen Weg zu deinem Zimmer, gell Hier ein bisschen Hier ein bisschen Ich schenke dir Fackel Ich geh Diamanten suchen, gell? Ich bin der einzige, der in Diamantenhöhle nur Diamanten finden kann Ne, bist du nicht? Ah, ja Ja Relebi TV Let's Play Hat noch kein Diamanten gefunden Alle Diamanten, die hab ich nur gefunden Doch einmal hab ich mit dem Chat schon ein, 20 Diamanten gefunden Nur ein Diamanten Aber in deinen Let's Plays, also Singaply Let's Plays, hat er schon 20 Diamanten, obwohl jetzt hat er 10 in seiner Kiste C Ne, ich hab alle Diamanten, die ich habe Ah, ja doch Ey, wo sind die? Ich brauch jetzt mal ne Eisenspettacke Ich hab Eisen in die, äh, äh, in die Diamantentour gemacht, in unsere versteckte Tour Okay Ich geb dir eine neue, also vollständige Ja Okay, dann mach ich mir eine vollständige neue Wer Diamanten braucht, ich finde welche in ungefähr 3 Minuten In meinem Zimmer Ähm, kannst du mir gleich auch ne Eisenspettacke mitholen? Bitte? Was soll, was soll das bedeuten? Ja, ich hab auch ne Eisenspettacke Ich hab, die ist fast, äh, die ist fast tot Ja, ja, ich brauche euch Ich hab mal mit der Können mir dann nur noch 100, 108 Blöcke kaputt machen Ja, 108, das weiß ich Ich hab, ich hab seine Mordbezeit an, wenn ich mich mal schlagen kann und so durchmachen Ja, ich kenn das, ich kenn das, das ist ein Halbbarkeit, Matt Hätten will ich auch haben Ich kann mit dem Dierschwert noch 1561 Mal schlagen Okay Also ich hab für uns beide gebaut Für uns alle gebaut Hier für dich, Dania Und, äh Ah ja, ich muss kurz stoppen, um meine Playlist anzuschalten Dann Aber ich weiß, wie man so schickt Ich bin wieder da mit einem Sound Hört ihr das? Ja Mit einer schönen, spannenden Musik Guten Tag Das ist unsere Kohle Alles, was ihr gefunden habt, ist nur unsers Irgendwie erinnert mich die Musik an Pokémon Hilfe Meine Kohle Lava Unsere Kohle Es gibt hier kein Mein, es gibt nur unsers Noch mehr Erdung Was? Ich bauch mich ganz weit runter Ah ja, man kann keinen Fallschaden bekommen Wollte ich nur sagen Noch mehr Lava Küche, manche Kohle bekommen R, B, T, Faul, Lesbe Kannst du mich kurz mal Sporen nennen, zu dir? Ich will nicht gehen Ich bin lauffaul Okay. Warte mal. T-P-A-T. Weil ich immer die ETPs mache möchte. Hier. Bin wieder... Hey! Wo ist mein Eisenspitzhacke? Ah, ich sterbe! Ich hab mein Eisenspitzhacke verloren. Wirklich? Ja, oder nee, die ist kaputt gegangen. Ah, ja, ich hoffe, ich hab noch nicht Eisenspitzhacke. Wolltest du, ja? Danke. Hey, was guckst du in meine Kiste? Jeder hat eine eigene Kiste. Du darfst nicht dran gehen. Auf meine Kiste. Das auch nicht rein gehen. Daniel, ich hab ne Vergasers genommen. Nein. Wirklich? Uh, da... Na, da... Aus. Nichts nehmen. Nein, gib meine Enderperle wieder zurück. Und ich band dich. Nein, Spaß. Gib meine Enderperle wieder. Ich sag nicht dran, wirklich. Du darfst die Gärten? Nö, gib sie her. Die wollte ich für etwas sparen. Für die Enderperle. Nee, nee, nee. Das geht gar nicht hier. Die war für Diamanten gedacht, die über Lava-Welten sind. Hat jemand Kohle? Ich hab neulich. Ich hab neulich. Ich hab neulich. Gib mal drei Stück. Ich hab neulich. Ich hab neulich. Ich hab neulich. Geil. Jetzt hab ich Kohle. Wer will Kohle? Wer will Silber? Äh, da... Warte mal. Ich geb dir Silber. Als Dank für die Kohle. Ich nimm sie Silber. Silber passt mehr. Ich mach mir hier eine Fahne. Hey, 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 hey. Ne, weg, 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 weg. Ich mach sie selber. Meine Fahne. Ich soll gleich... Ey, Daniel, geh mal weg. Daniel, du solltest lieber sch... Daniel, ich werd für dich scharfe kehren, gell? Ähm, hab ich Seton? Ich hab eh Seton gemacht, aber auch. Ähm, warte, kurz. Ja, das ist... Gut. Ich bin wieder da. Ich geh scharfe für dich killen, Daniel. Ich kann mir einen Fall zu treffen. Soll ich machen? Mach. Kannst machen? Ey, Tommy. Ich geh fahnen. Tommy. Ich hab Essen, aber ich buchst ganz selber. Ey, ich hab das, nein. Ich hab das, nein. Komm mit. Ey, Leute, was? Ihr wisst ja, wie viele insgesamt wir Slime haben. Ja, ähm... Warte, ich guck jetzt mal wieder auf die Kiste. Und ich schätze, ja, 52 Slime. Warte, ich bin irgendwie aus der Map gekommen. Ähm, ich bin irgendwie aus der Map gekommen. Herr, ich bin irgendwie aus dem deveinigen Kuchen. Warte, warte. Du bist ja draußen. Ja. Ich sehe... Ich will nur noch ein wärer. Ich will nur noch ein Böker dorthin. Effe? Lass den doch. Au, ich sterbe vielleicht. Ah, das muss ich Warte. Du wirst du. ich bin irgendwo Kämpf gegen ein Skelett oh ich hab nen Bogen bekommen vom Skelett Alter ey warum hast du... ach so ah ich weiß nicht mehr Daniel ich hab für dich noch ein Schaf gefunden das heißt wir haben jetzt ein Bett für dich ähm portet mich mal wieder zurück ich seh jemanden der nennt sich Digension121 Hallo Digension121 Hi ähm warte wer hat aus meiner Kiste was geholt? ich nicht die ich habe und deine Füße was hol mir mal und mit Blätter und saam ja das ist kein bester, ich nie ähm ich mache dir jetzt ein Bad Bett da annehmen So, ich hab's... Hier! Warte! Warte! Ripp stehen! Wohin da, die! Hier! Was sei denn? Ich brauche das! Das ist richtig! Ich bin wirklich verrückt! Das kannst du was sein! Das ist noch sterblich! Ich muss nur zwei Autonomie machen! Geht weg! Was machst du denn da? Ich! Was machst du denn mit meiner Fahrt? Ich, 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 mach sie nur hier weit weit! Wenn die Samen hier sind, dann geh die nicht dran! Das ist bei mir so ein Back gewesen! Ja, ich weiß, du was ist hier, wie wir es vorlassen sein! Okay! Hat sie hier jetzt noch zu kommen für dich? Oder wir lassen es einfach nur die Verspenden? Koppels ist wichtig! Also das ist unsere Gemeinde! Brauchst du Samen? Ich hab' nur eine! Ich hab' nur eine! Ich geb' dir Samen! Nein, nein, nein! Du wirst es nicht gehen! Ich geh' wirklich gehen! Weil ich muss ja... Weil... Ich sterb' dann auch! Ich sterb' dann auch! Ja! Aber du hast, ähm... Einen... 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 Oh nein, lass mal nicht! Komm mal um! Nee, ich hab' gar nichts eingesammelt von dir! Ich hab' nur mal einmal zurück! Ja, warte! Oh! 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 Weg! Ja, das ist meine... Hey! Du hast meine Sachen eingesammelt! Was? Ich bin zu dir! Nein! Du bist so... Nein! Ich bin zu dir! Alles nur wegen die Hungerleisten! Ich bin zu dir! Oh! Jetzt kann ich wieder dringen! Nein! 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 Wir sind in meinem Zimmer! Niemand! Ich hatte noch eine... Brustpanzer! Ein Silber! Da hab' ich ab früh gegeben! Und fackeln! Das war! Ah ja, hier! Und wir können das nehmen! Das wird alles mehr! Gut! Thanks! Wer will den Bogen? Wer ist gut den Bogen schießen? Ich! Ich bin sehr... Ich bin sehr... mit dem Bro! Okay, hier! Der ist aber leider fast kaputt! Egal! Das ist eine Tütenstelette! Und ich brauche eine Eisenrische! Ich hab' noch ein Eisen für dich, wenn du brauchst! Ah! 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 Ich brauche auch hier natürlich! Warte mal! Ah! 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 mehr auch toll jetzt hab ich noch zwei Samen egal dann geh ich nach oben und fahren ein bisschen Samen darf man alte Musik mit Stimmeln benutzen in Youtube ja, völlig gut außer die Rehmer recht weil sonst wird das Video nicht angreifen kann man nur aus Amerika anschauen, wenn ich aus Wissland ich ja doch, ich war mal in Wissland, da war ich ein bisschen schon Internet, also Internet hat man immer gemacht und weiß nicht wie es war ich habe Thema, wie ich es angeschaut und sie konnte ich anschauen ja, man klingt ja nicht so, wenn man am Deutschland, als Mensch oh oh, hier wird einer gebannt der Arme ich hab einen Samen ähm ich glaub, dass jetzt wir muss gleich zu Ende gehen dann muss jetzt sie machen Rell bitte vor euch holt ihr Samen, gell? zu Geräsel Hallo zu Geräsel warte ich hab Samen für dich das ich gebe dir sagen ich gebe dir sagen bleib stehen Sam ok ich bin immer nett oder immer gehen so in meiner Holzminikiste und nicht und er ist klar war er braucht ein Silber aber es ist unsere Eisen Eisentruhe man sieht ja ich habe die ganze Zeit nur mit einem halben Herz dann kenne ich kurz nachdem macht schnell Speck wie soll ich mir hier hier ich bin ab ich bin ich bin ich bin die ich hatte jemanden schwerst Prozent Prozent jetzt habe ich das wieder ein Prozent hier ist Fakten der Braucht Prozent Prozent die die Gäste hat ja ein Diamanten geht mal ein Diamanten ich hab ne Idee geschehen ja wegen der Schallplatte die BK so die aber ich war und 2 und 1 wirst du es machen 4 8 und die manchen schlusset ihr umherum umholz und in der Mitte ein Diamant. Ich will die Schaltplatte einsetzen. Hast du Schaltplatte? Ja, ich hab sie. Bei die Schaltplatte hat es sich voll oft geändert. Mach sie mal. Hier. So. Warte, die braucht noch wie soll die Schaltplatte rausgehen. Ah, jetzt hab ich sie wieder. Warte, ich schalte erst mal die Musik von mir grad aus. Du musst nur die Geräusche anmachen. Er wird Kohle. 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 Hörst du das? Ich höre gar nichts. Du musst nur die Geräusche anmachen. Auf die 80. Dann hörst du perfekt. Dann hörst du perfekt. Nö. Nö. Na, ich schiebe die Schülpfläche. Hey. Wir brauchen wir noch einen. Man kann doch ganz viele Schaltplatten bekommen. Es gibt so unterschiedliche Schaltplatten, wenn man Creeper und so von Scaltern tötet. Jetzt höre ich es. Und du musst nur einen auf diechen Dashplatten. Super. Ups. Ja, das du bist in